Das sind Frau Meier und Herr Schmidt, Geschäftsführer der erfolgreichen Turbo GmbH. Beide plagen aber Sorgen, da sie kaum Fachkräfte für die offenen Stellen finden. Zudem gehen Kollegen bald in Rente und einige sind zum Konkurrenten gewechselt. Leider bringen kostspielige Anzeigen oder Vermittler schon länger nicht den notwendigen Erfolg. Frau Meier hat aufgrund einer Empfehlung das Epic Workbook gelesen und ist begeistert. Darin schildert der Gründer, wie er ein IT-Unternehmen binnen zwölf Monaten vom Fachkräftemangel befreit und zum preisgekrönten Arbeitgeber transformiert hat. Epic Work unterstützt Organisationen auf dem Weg zum Spitzenarbeitgeber mit Know-how und passenden Werkzeugen. Die beiden beauftragen Epic Work. Zuerst untersuchen Experten den Ist-Zustand der Turbo GmbH und liefern eine umfassende Analyse mit individuellen Handlungsempfehlungen. Zudem werden die Mitarbeitenden mit regelmäßigen Pulsbefragungen aktiv eingebunden. Dies stärkt die Bindung und das Engagement der Mitarbeitenden. Die Personalverantwortlichen werden durch die Epic Work Academy mit Wissen, Praxistipps und Inspiration unterstützt. Bei der Umsetzung wird die Turbo GmbH durch Beratung und Workshops unterstützt. Videoformate aus den Epic Work Studios stärken die Arbeitgebermarke, Social Media Kampagnen sprechen die passende Zielgruppe an. Das Ergebnis? Die beiden freuen sich über viele passende Bewerbungen, zufriedene Mitarbeitende und weniger Kündigungen. Jetzt können sie mit der Turbo GmbH noch mehr Gas geben. Machen Sie jetzt den ersten Schritt zum Spitzenarbeitgeber und starten Sie den kostenlosen Test.